Das ist nicht mein Briefkasten. Ich mache da nur ein Haus-Setting. Aber ich muss meine eigene Post auch noch bearbeiten. Das geht ganz einfach und das möchte ich euch jetzt zeigen. Kommen wir mit, ich zeige euch. So, wie schaue ich meine Briefpost im Ausland an? Und dann, dass ich sie digital in meinem PIX-Account anschauen. Das geht ganz einfach. Am Laptop starte ich den Browser, logge mich ein auf meinen PIX-Account. So, gehen wir in den Briefkasten rein. So, ja, die Post ist da. Okay, passt. Dann haben wir ein wenig Briefchen, die wir bearbeiten müssen. Das hier kann man schnell anschauen. Das passt, das ist gut. Und ich habe auch die Möglichkeit Rechnungen anzuschauen. Die Ungeliebten. Da ist jetzt gerade etwas reinkommen, das man zahlen muss. Der Betrag ist okay. Da müssen wir das Valutadatum festsetzen, wenn das ausgeführt werden soll. Und ich habe das Verstichworten. Verschlagen worden. So. Okay, die Zahlung wird ausgeführt. Jep, abgeschickt. Wunderbar. Dann habe ich mich wieder ausgelogen. So. Okay, draussen. Die Postel erledigt. Das Ganze kann ich auch via Smartphone erledigen. Oder via Tablet. Funktioniert genauso gut. Und da man nach so viel stressvoller Arbeit ein bisschen etwas anderes mitmachen. Dann müssen wir uns jetzt wieder den lustigen und vergnüglichen Sachen widmen. Ich schaue wieder auf den Rasenmäher. Und Rasen über den Acker. Jep, schon fertig mit der Postel. Danke und tschüss zusammen. Ring. ... ... ... Vielen Dank.